Willkommen zurück zur Vorlesung Schuldrecht I, Vertragsschuldverhältnisse. Gestern haben wir gesprochen über den Rücktritt. Damit bleibt für heute dann noch der Widerruf. Das heißt, wir liegen damit wieder genau in dem Zeitplan aus der Gliederung. Wir waren mal ein bisschen schneller, jetzt sind wir wieder genau im Plan. Ich habe auch schon hier die Folien für Donnerstag. Wenn wir also wieder zu schnell sein sollten, können wir dann auch beim nächsten Thema weitermachen. Bevor wir aber zum nächsten Thema kommen, müssen wir noch kurz wiederholen das letzte Thema. Und das letzte Thema war, wie ich eben schon sagte, der Rücktritt. Das haben wir gestern gemacht, das sollten Sie heute noch wissen, denn das ist noch nicht lange her. Klicken Sie dazu, finde ich, oder? Also eine Sache, die Sie sich unbedingt merken sollen, ist, der Rücktritt führt nicht zur Ex-Tung-Nichtigkeit. Was führt zur Ex-Tung-Nichtigkeit? Die Anfechtung. Haben Sie letztes Semester gelernt, 142 Absatz 1. Anfechtung führt zur Ex-Tung-Nichtigkeit. Der Rücktritt ändert den Vertrag Ex-Nung. Was heißt denn Ex-Nung im Vergleich zu Ex-Tung? Für die Leute, die Latein gehabt haben. Ja. Ja, von nun an. Das heißt, erst ab dem Moment, wo es erklärt wird, also nur für die Zukunft. Für die Vergangenheit bleibt alles beim Alten. Das ist also einfach so, wie es ist. Ja, dritte Aussage, 346 Absatz 1 ist eine Anspruchsgrundlage für die Zahlung des Kaufpreises an den Käufer. Jetzt sagen Sie, hä, wieso kriegt denn der Käufer den Kaufpreis? Warum kriegt der Käufer den Kaufpreis bei 346 Absatz 1? Weil das in ein Rückgewählstück, wenn es nun handelt wird, und der Verkäufer den Käufer dann die Erfangenleistung zurückgeben muss, an den Kaufpreis? So ist es. Nach 433 Absatz 2 hat der Verkäufer den Kaufpreis bekommen, und wenn er zurückgewählen muss, muss dann der Verkäufer den Kaufpreis wieder zurück an den Käufer zahlen. Das ist also alles genau spiegelbildlich. Damit ist auch die letzte Aussage richtig. Der Verkäufer bekommt die Sache zurückgegeben und zurückübereignet. Das heißt, Besitz und Eigentum wechseln vom Käufer wieder zurück auf den Verkäufer. Das geht nicht automatisch. Das heißt, da muss wieder die Sache zurückgebracht werden. Das heißt, 346 Absatz 1 ist für beide Sachen die Anspruchsgrundlage. Ja, da können Sie jetzt ankreuzen, da müssen Sie jetzt raten. Ein Rücktrittsgrund kann sich aus einem Vertrag oder aus Gesetz ergeben. Was sagen Sie dazu? Stimmt das oder stimmt das nicht? Was meinen Sie? Ja? Ja, das stimmt. Woraus entnehmen Sie das? Ja? So ist es. 346 Absatz 1. Entweder eine Partei hat sich im Rücktritt vorbehalten, das ist die vertragliche Regelung, oder es ist im Gesetz vorgesehen und wir haben gesehen, wo finden Sie die Paragrafen? steht in Antwort 2, wo finden Sie die Paragrafen im Rücktritt 323 bis 326? Frage, gelten die 323 bis 326 nur für gegenseitige Verträge? Ja? Ja? So ist es. Der Titel 2, der beginnt bei 320, enthält ausschließlich Vorschriften, die für gegenseitige Verträge gelten. 346 folgende gelten für alle Verträge, aber 323 bis 326 gelten nur für gegenseitige Verträge. Was waren nochmal gegenseitige Verträge? Das frage ich jetzt so lange, bis es alle wissen. Wo beide Parteien sich zu etwas verpflichten? Ja, wo beide Parteien sich zu etwas verpflichten, da haben wir aber gesehen, das ist auch bei der Leihe der Fall. Auch bei der Leihe verpflichtet sich der Entleiher, die Sache wieder zurückzugeben. Ja? Wo die Leistung Zug um Zug erfolgt? Ja, wo die Leistung Zug um Zug erfolgt, das ist die Rechtsfolge, wo die eine Leistung nur für die andere erfolgt. Das heißt, der Kaufpreis wird nur gezahlt für die Kaufsache und die Kaufsache wird nur übergeben und übereignet, um den Kaufpreis zu bekommen. Also das ist wichtig. Nächste Aussage. Bei einer unmöglichen oder unzumutbaren Leistung kann der Gläubiger nach 323 Absatz 1 BGB zurücktreten. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja? Ja? So ist es. 323 Absatz 1 BGB setzt voraus, dass noch eine Leistungspflicht besteht. Nach 275 besteht aber gar keine Leistungspflicht mehr. Also kann ich auch die Nichtleistung nicht zum Vorwurf machen, denn wenn er nicht leisten kann, muss er auch nicht leisten. Dafür gibt es aber den 326 Absatz 5 als eigenen Rücktrittsgrund. Der gilt für Unmöglichkeit und Unzumutbarkeit. In der Klausur müssen Sie also gucken, wenn es möglich ist, der nur einfach nicht will, sind Sie bei 323. Wenn es dagegen unmöglich ist, sind Sie bei 326 Absatz 5. Da müssen Sie sauber unterscheiden. Letzte Aussage, der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Nichtleistung bzw. die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit allein vom Gläubiger zu vertreten ist. Was sagen Sie zu dieser Aussage? Stimmt die oder stimmt die nicht? Ja? Ja, 323 Absatz 6 BGB hat dieselben zwei Varianten wie 326 Absatz 2. Das heißt, wenn der Gläubiger allein dafür verantwortlich ist, dann darf er nicht zurücktreten. Dann ist er weiterhin an den Vertrag gebunden, weil er halt selber auch schuld ist. So, letzte Fragenfolie. Okay. Vielen Dank. Ja, also bei der ersten Aussage. Dies stimmt nicht. Warum stimmt diese erste Aussage nicht? Lesen Sie mal den 326 Absatz 1 BGB. Was setzt der voraus? Ja, dass der Schuldner wegen Unmöglichkeit oder Unzugutbarkeit nicht leisten muss. Wenn Sie jetzt sagen, kann nicht zurückgewähren, dann klingt das sehr nach Unmöglichkeit. Aber bei der Unmöglichkeit geht es nicht um Zurückgewähren? Ja, bei der Unmöglichkeit geht es nicht um Zurückgewähren. Jetzt nähern wir uns langsam mal den Punkt. Jetzt sagen Sie, natürlich geht es bei Unmöglichkeit um Leistungen. Es muss ja eine Leistung erbracht werden. Nämlich die Leistung ist Rückgabe und Rückübereignung oder Rückzahlung des Kaufpreises. Das ist ja auch eine Leistung. Da würde man sagen, die kann auch unmöglich werden. Ja? Aber dann können die Normen, die nach 46 entsprechende Anwendung, also wenn das verbraucht ist, dann bekommt man zum Beispiel Geld bezahlen, das wäre dann das nicht weiter. Ja, in der Tat, das ist der entscheidendere Punkt. Der Punkt ist, selbst wenn die Leistung unmöglich wird, greift dann 346 Absatz 2 und der sagt, statt der eigentlichen Rückgabe und Rückübereignung muss ich Wertersatz leisten. Das heißt, die Unmöglichkeit hat gerade nicht zur Folge, dass die Leistung komplett entfällt, sondern sie verändert sich. Die wird zu etwas anderem, nämlich zu einer Wertersatzpflicht. Es gibt ein viel einfacheres Argument, warum 326 keine Anwendung findet. Wir reden hier von einem Rückgewährschuldverhältnis und 326 setzt Pflichten aus einem gegenseitigen Vertrag voraus. Die Pflicht aus dem gegenseitigen Vertrag war aber die Übergabe und Übereignung durch den Verkäufer und die Kaufpreishaltung durch den Käufer. Hier reden wir genau von den umgekehrten Pflichten. Die kommen nicht aus einem gegenseitigen Vertrag, sondern die kommen aus dem Rückgewährschuldverhältnis. Das heißt, es fehlt schon die erste Voraussetzung. Wenn Sie das in irgendeiner Klausur schreiben, kriegen Sie sage und schreibe null Punkte. 326 Absatz 1 auf ein Rückgewährschuldverhältnis anzuwenden, ist das Schlimmste, was Sie tun können. Das geht wirklich nicht. Das habe ich jetzt im Examen oft gelesen und ich muss sagen, jede Menge Leute durchgefallen. Also das geht nicht. Zweite Aussage. Wenn eine Partei nicht mehr durch die empfangene Leistung bereichert ist, muss sie keinen Wertersatz nach 346 Absatz 2 BGB leisten. Hat 346 Absatz 2 BGB irgendwas mit Bereicherung zu tun? Steht das da irgendwo drin? Ja? Ja, es kommt nicht darauf an, ob beim Schuldner irgendein Wert noch erhalten geblieben ist. Es wird allein ersetzt der Verlust des anderen Teilens. Also es wird geguckt, wie viel war die Sache mal wert für den Verkäufer und wenn der Käufer die aufgegessen hat, muss er dafür Wertersatz leisten. Das heißt, er muss die Wurst bezahlen, weil sie gegessen hat. Das heißt, die Rechtsfolge des 346 Absatz 2 ist, egal ob Sie was davon gehabt haben, ob die Wurst lecker war, ob Sie die gut vertragen haben, ob Sie glücklicher geworden sind, müssen Sie Geld dafür bezahlen. Die einzigen Ausnahmen finden sich in 346 Absatz 3 und da sehen Sie, in bestimmten Fällen müssen Sie nur Wertersatz leisten bei Bereicherung. 346 Absatz 3 Satz 2 Wichtig, merken Sie sich, dass es ein wesentlicher Unterschied zum Bereicherungsrecht. In 818 Absatz 3 müssen Sie immer nur Wertersatz leisten, soweit Sie noch bereichert sind, das heißt, soweit Sie irgendeinen Vorteil mitgenommen haben. Hier kommt es nur darauf an, dass der andere ärmer geworden ist, nicht nur, dass Sie reicher geworden sind. Dann hier, jede Partei muss aus der Empfangleistung gezogenen Nutzungen nach 346 Absatz 1 herausgeben. Ja, das steht sogar ausdrücklich im Gesetz, wenn Sie nämlich lesen, muss zurückgewähren und die gezogenen Nutzungen herausgeben. Letzter Punkt, der Rücktritt bei Unmöglichkeit betrifft vor allem Teilleistung und Schlechtleistung im Sinne von 323 Absatz 5 BGB. Warum ist diese Aussage richtig? Was passiert denn beim Rücktritt, wenn ohnehin die ganze Leistung unmöglich ist? Machen wir einen einfachen Fall. Stellen Sie sich vor, ich verkaufe Ihnen mein Auto. Das steht da vorne auf dem Parkplatz. Ich habe kein Auto, aber egal. Ich verkaufe Ihnen mein fiktives Auto, was da vorne auf dem Parkplatz steht. Und wir beide denken, okay, das klappt alles wunderbar. Bevor ich es Ihnen aber übergeben und übereignen kann, kommt der Dieb, knackt mein Auto und fährt damit nach Polen. Das Auto ist für immer verschwunden. Würde es für Sie jetzt einen Sinn machen, vom Kaufvertrag zurückzutreten? Was würden Sie sagen? Können Sie zurücktreten? Meinen Sie? Wonah? Ja, in welchem Rücktrittsgrund? Ist das so? 3.23.1, was setzt er voraus, dass noch eine fällige Leistungspflicht besteht? Wo ist das Problem mit der Leistungspflicht hier in diesem Fall? Mein Auto ist gestohlen und befindet sich in Polen. Irgendwo vielleicht. Was würden Sie sagen? Das Auto in Polen ist. Was ist dann mein Problem? Nicht unbedingt Ihres, weil Sie haben ja noch nicht bezahlt, sagen wir mal. Ich kann Ihnen kein Auto geben. Ich kann meinen Vertrag nicht erfüllen. Das heißt, wenn Sie sagen, ich setze Ihnen eine Frist, Sie haben jetzt eine Woche Zeit, liefern Sie mir das Auto, dann kann ich nur sagen, was soll ich denn machen? Das Auto ist in Polen geklaut. Was ist mit dieser Leistungspflicht? Ja? So ist es. Also, wenn mein Auto gestohlen ist und ins Ausland gebracht worden ist und ich keine Ahnung habe, wo das ist, ist mir die Erfüllung unmöglich und das Gesetz sagt, in dem Moment, wo ich nicht erfüllen kann, ist der Anspruch komplett weg. Der ist erloschen. Es gibt keinen Anspruch mehr gegen mich auf Übergabe und Übereignung. Der Anspruch ist endgültig weg. Da kann keiner mehr darauf klagen und weil keiner mehr darauf klagen kann, kann man auch keine Frist setzen, sondern es gibt einfach keinen Anspruch mehr. Die Nichtleistung ist kein Vorwurf, das ist einfach keine Pflicht mehr. Ich verletze keine Pflicht, wenn ich was nicht tue, was ich tun muss. Unterlassen ist erst dann strafbar, wenn die Strafbarkeit angeordnet ist. So müssen Sie das vorstellen. Gut. Aber jetzt lohnt es sich, hier zurückzutreten. Was passiert, wenn Sie nicht zurücktreten? Müssen Sie trotzdem den Kaufpreis bezahlen? Für das Auto, was Sie nicht bekommen? Ja, in der Tat, die Kaufpreiszahlungspflicht ist ohnehin schon weg. Das heißt, Sie müssen auch nicht bezahlen. Was würde Ihnen der Rücktritt bringen? Nichts. Sie müssen ohnehin nicht bezahlen und ein Auto haben Sie auch nicht bekommen, das heißt, es ist auch nicht zurückzugeben. Es läuft auf Null hinaus. Was wäre denn, wenn Sie schon vorher bezahlt hätten? Sie haben Vorkasse geleistet. Müssen Sie dann zurücktreten? Sie haben also schon mir 1.000 Euro gegeben, wollen gerade Ihr Auto in Empfang nehmen, Auto ist weg. Müssen Sie jetzt den Rücktritt erklären, um die gezahlten 1.000 Euro zurückzubekommen? Das könnte man theoretisch, aber der Gesetzgeber hat eine andere Lösung gefunden. Eine vorrangige Lösung. Lesen Sie in § 326. Ja? So ist es. Nach § 326 Absatz 4 kriegen Sie das auch ohne Rücktritt nach den gleichen Vorschriften wie bei Rücktritt zurück. Das heißt, ohne Erklärung, einfach automatisch. Brauchen Sie also eine Rücktrittserklärung? Nein. Also auch da brauchen Sie keinen Rücktritt. Ja? Also Sie haben gesehen, Sie brauchen keinen Rücktritt, wenn Sie noch nicht bezahlt haben, weil § 326 Absatz 1 sagt, Sie müssen nicht mehr zahlen und Sie brauchen auch keinen Rücktritt, wenn Sie schon bezahlt haben, weil § 326 Absatz 4 sagt, Sie kriegen Ihr Geld ohnehin wieder zurück nach Rücktrittsrecht. Damit bleiben genau diese beiden Fälle. Warum bleiben genau diese beiden Fälle übrig? Warum funktioniert dieser Trick, den ich Ihnen gerade gesagt habe, dass Sie nicht zahlen müssen und das Gezahlt zurückkriegen, nicht bei Schlechtleistungen und nicht bei Teilleistungen? Ja? Ja, das kommt später. Das sagt uns doch nicht, warum wir jetzt den § 326 Absatz 5 für diese beiden Fälle brauchen. Ja? Ja, also in der Tat, nach § 326 Absatz 1 Satz 1, zweiter Halbsatz, findet bei Teilleistungen eine Vorstellung aus dem Kaufrecht über die Minderunganwendung. Was bedeutet das denn? Was ist denn die Rechtsfolge dieser Regelung? Was soll in dieser § 326 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz sagen? Das habe ich Ihnen sogar vorgerechnet. Mit viel Mühe. Aber nicht an der Tafel, sondern im Kopf. Was ist die Rechtsfolge von § 326 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben 100 Flaschen Wasser bestellt. Geroldsteiner. Und es werden Ihnen 80 Flaschen geliefert. Alle anderen Flaschen auf dem Markt sind momentan explodiert, vergiftet, reingespuckt, eklig. Weitere gibt es also nicht. Sie haben also die letzten 80 Flaschen Geroldsteiner auf dem ganzen Markt gekriegt. Was ist denn mit den restlichen 20? Die sind unmöglich geworden. Niemand kann Ihnen weitere 20 Flaschen Geroldsteiner liefern, weil die alle giftig und vollgespuckt sind. Was sagt jetzt § 326 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz in Bezug auf die Kaufpreiszahlung für die 100 Flaschen? So ist es. Der Kaufpreis wird auf die 80 Flaschen gemindert. Und wie macht man das rechnerisch? Sie als Mathematik-Genies, wie macht man das wohl? Sie wissen, 100 Flaschen kosten 100 Euro. Wie viel zahlen Sie dann für 80 Flaschen? Ja, man nennt das Dreisatz. Das heißt, Sie gucken, wenn Sie für 100 Flaschen 100 Euro zahlen, zahlen Sie für 80 Flaschen 80 Euro. Das können Sie Dreisatz über Kreuz mal nehmen. Das ist nicht so schwierig. Also Sie sehen, das ist wirklich Mathe, Leistungskurs, Klasse 12. Abituraufgabe demnächst. So. Was ist also die Folge von dem § 326 Absatz 1 Satz 1 zweite Variante? Wie stehen Sie am Ende da? Was haben Sie am Ende bekommen und was müssen Sie bezahlen? Bei unserem Fall mit den Wasserflaschen. Ja. So ist es. Sie zahlen 80 Euro für 80 Flaschen. Jetzt sagen Sie, ist doch alles schön und gut. Ein Hinweis, das ist eine Abweichung zu 266. Hier müssen Sie die Teilleistung annehmen. Also Sie müssen die Teilleistung grundsätzlich annehmen. Wenn also nur noch 80 Flaschen da sind, sagt uns 326, dann nehmen Sie genau diese 80 Flaschen. Und jetzt die Frage, warum brauchen Sie dann den Rücktritt? Ist doch alles gut, Sie haben 80 Flaschen für 80 Euro bekommen. Ja, aber wenn man nachher was macht, ist ja der die Teileistung, dann kann man nicht so ist es. Wenn Sie sagen, 80 Flaschen nützen mir gar nichts, weil ich jedem hier im Hörsaal eine Flasche geben will und es sind genau 100 Leute da, dann nützen Ihnen 80 Flaschen nichts, weil dann 20 fehlen, dann können Sie die 80 Flaschen zurückgeben und müssen gar keine bezahlen. Aber das ist Ihre Entscheidung, dafür brauchen Sie die Rücktrittserklärung. Ja, also wenn Sie auch die 80 Flaschen, die Sie noch bekommen können und bezahlen müssten, nicht haben wollen, müssen Sie zurücktreten. Ansonsten kriegen Sie halt nur eine Teilmenge. Dafür brauchen Sie einen Rücktritt. Und da gilt dann die Einschränkung des 323 Absatz 5, dann müssen Sie zusätzlich beweisen, dass die Flaschen, die Sie bekommen haben, für Sie kein Interesse machen. Dass die also Ihnen nichts wert sind. Der andere Fall, die Schlechtleistung. Wo steht denn in § 326 etwas über Schlechtleistungen? Ja? Ja, § 326 Absatz 1 Satz 2. Und was steht denn da zur Schlechtleistung? Was ist die Rechtsfolge bei einer Schlechtleistung? Was sagt uns diese verwirrende Regelung? Was sagt uns § 326 Absatz 1 Satz 2 BGB zur Schlechtleistung? Ja? Ja? Ja, was heißt das, wenn Satz 1 nicht gilt? Ja, das bedeutet, wenn Ihnen Schrott geliefert wird, irreparabel kaputt, Sie haben einen Gebrauchtwagen gekauft und der Verkäufer hat Ihnen gesagt, der hat noch nie einen Unfall gehabt und in Wirklichkeit hat er schon mal einen Totalschaden gehabt und ist mühsam wieder hergerichtet worden. Dann ist dieser Gebrauchtwagen mangelhaft. Und niemand kann aus dem kaputten Gebrauchtwagen mit Unfallschaden wieder einen Wagen ohne Unfallschaden machen. Der Unfallschaden haftet den Fahrzeug unabänderlich an. Und dann sagt uns § 326 Absatz 1 Satz 2, müssen Sie trotzdem grundsätzlich den vollen Kaufpreis bezahlen. Der Anspruch geht nicht automatisch unter. Sie zahlen den vollen Kaufpreis für den kaputten Wagen. Da ist nichts mit automatisch Minderung wie in Absatz 1 Satz 1 zweite Variante, noch ist da irgendwas, der Kaufpreis entfällt ganz. Und für diesen Fall, wenn Sie nicht zahlen wollen, müssen Sie ein besonderes Recht haben, wenn Sie teilweise nicht zahlen wollen, heißt dieses Recht Minderung, das machen wir im Kaufrecht. Und wenn Sie gar nicht zahlen wollen, heißt dieses Recht wie, wenn Sie nicht zahlen wollen, für ein kaputtes Auto, Rücktritt. Und dafür brauchen Sie dann wieder den § 326 Absatz 5, der nämlich sagt, wenn die Pflicht zur Übergabe eines mangelfreien Autos unmöglich ist, können Sie zurücktreten nach § 326 Absatz 5. Und da spielt es wieder der § 323 Absatz 5 eine Rolle. Was sagt uns nämlich der § 323 Absatz 5 zu unserem Thema mit dem Auto? Kann ich beim Auto immer zurücktreten und sagen, ich will gar nicht bezahlen? Nur wenn die Pflichtverletzung erheblich ist, das heißt, Sie müssen gucken, ist das so wesentlich, dass ein objektiver Betrachter sagt, das ist jetzt wirklich entscheidend, das ist viel weniger wert und das ist Ihr Rücktrittsgrund. Wichtig, ob das Ganze erheblich ist, muss der Verkäufer beweisen, der muss also sagen, das ist doch auch Kleinigkeit, da muss man mit leben. Ob Sie kein Interesse mehr haben, müssen Sie beweisen. Also bei der Teilleistung müssen Sie beweisen, dass Sie kein Interesse haben, bei der Schlechtleistung muss der Verkäufer beweisen, dass das eine Kleinigkeit ist. So, wir haben gestern schon uns einige Fälle zu 346.1 angeguckt, wir haben diesen Fall gemacht, Rückzahlung des Kaufpreises folgt unmittelbar aus 346.1, wir haben uns dann angeguckt, die gezogenen Zinsen von 0,2%, die er auf seinem Bankkonto hatte, gibt auch aus 346.1, das sind diese Nutzungen. Also ich muss, wenn ich Kaufpreis zurückzahle, auch die Zinsen aus dem Kaufpreis erstatten. Und dann haben wir uns mit diesem schwierigen Teil zu beschäftigen, Ersatz der Reparatur der Bremsen, dafür hat er 1000 Euro ausgegeben, woraus ergibt sich der Anspruch auf Ersatz der Kosten für die Reparatur der Bremsen? Das war das Letzte, was wir gestern gemacht haben. Da müssen Sie sich am besten noch dran erinnern können. Ja? 347 Absatz 2 Satz 1 ist das eine notwendige Verwendung und es muss ersetzt werden. Ja. 347 Absatz 2 Satz 1 eine notwendige Verwendung. Notwendig ist das, was zum Erhalt der Sache erforderlich ist. Da das Auto das für die TÜV-Zulassung brauchte, war es nötig, um das Auto in betriebsfähigem Zustand zu erhalten. Das heißt, die Kosten für die Bremsreparatur werden ersetzt. Gucken wir weiter. Der K begehrt von V Ersatz von 800 Euro für eine Lackierung des Wagens in pink-weißer Farbe. V erklärt zutreffend, er habe kein Interesse an dieser Farbe und es gäbe auch keinen Käufer, dafür mehr zu zahlen bereit wäre. Was sagen Sie dazu? Was könnte die Anspruchsgrundlage sein für eine Lackierung in pink-weiß? Ja, in der Tat, das ist keine notwendige Verwendung. Das Fahrzeug fehlt auch mit Silbermetalliklackierung besser, also das macht keinen Unterschied. Also sind wir bei 347 Absatz 2 Satz 2 und er sagt, alle anderen Aufwendungen, die nicht notwendig sind, kriegen sie nur ersetzt, wenn der andere Vertragsteil dadurch bereichert wird. Das heißt, wenn er einen Vermögensvorteil dadurch hat. Hat er aber nicht, denn er kann das Auto nicht für mehr verkaufen und er selber findet die Farbe auch nicht so toll. Also werden diese 800 Euro nicht ersetzt. Da hat der K also Pech gehabt. Frage, V will von K sein Auto zurückbekommen. Was sagen Sie? Was ist die Anspruchsgrundlage? Das ist ja nicht so schwierig. Ja? Bitte. Ja, 346 Absatz 1, der gilt sowohl für die Rückzahlung des Kaufpreises als auch für die Rückgabe und Rückübereignung des Autos. Dann will der V von K eine angemessene Nutzung und Entschädigung von 2 Cent pro gefahrenen Kilometer bei 1000 gefahrenen Kilometer also 20 Euro. Was könnte die Anspruchsgrundlage dafür sein? Ah, das ist eine Fangfrage. Da werden Sie sich staunen. V will von K eine angemessene Nutzung und Entschädigung von 2 Cent pro gefahrenen Kilometer bei 1000 Kilometern 20 Euro. Was sagen Sie dazu? Ja? Ja, das könnte man meinen. Also, der erste Schritt, den wir machen müssen, ist, wir müssen sagen, was ist denn das Fahren eines Autos? Wie würden Sie das berücksichtigen? Was ist das Fahren eines Autos? Ja, das ist ein Gebrauchsvorteil, also eine Nutzung im Sinne von Paragraf 100, die nach 346 Absatz 1 herauszugeben ist. Warum kommen jetzt die Kolleginnen auf 346 Absatz 2 Nummer 3? Warum gehen wir nicht einfach hin und sagen, dann soll das halt herausgeben? Wo ist unser Problem? Mit den gefahrenen Kilometern? Warum gibt er die nicht einfach heraus? Ja, in der Tat, das geht nicht. Er kann nicht die gefahrenen Kilometer zurückgeben. Aber jetzt müssen wir gucken, wenn er nicht zurückgeben kann, haben wir in Absatz 2 drei Nummern. Welche der drei Nummern ist es die richtige? Die Kollegin hat eben gesagt, Nummer 3. Ja? Ja, belastet meint hier aber eher sowas wie verpfändet oder ein Niesbrauch begründet. Also belasten sind rechtliche Lasten, keine tatsächlichen Lasten. Es geht also nicht so um Ähnliches. Also, das ist eher nicht gemeint. Was ist denn eine In-Gebrauch-Name? Ich frage mal so, jetzt hier die Leute, die Deutsch-Leistungskurs hatten. Was heißt denn für Sie In-Gebrauch-Name? Außer es ein furchtbares Wort ist. Wie würden Sie denn die normale Nutzung bezeichnen so als normaler Deutscher? Was machen Sie mit dem Auto? Nehmen Sie das Auto in Gebrauch jeden Morgen. Ich habe mein Auto auch in Gebrauch genommen. Was heißt denn In-Gebrauch-Name? Was stellen Sie sich denn darunter vor? Ich sage Ihnen, das Wort, was Sie meinen, heißt Gebrauch. Der bestimmungsgemäße Gebrauch bleibt außer Betracht. Das steht da aber nicht. Da steht In-Gebrauch-Name. Warum hat man denn dieses blöde Wort genommen, außer man sich unklar ausdrücken wollte? Also warum steht da nicht einfach, der bestimmungsgemäße Gebrauch bleibt außer Betracht? Ja? In-Gebrauch-Name in-Gebrauch-Name muss ja von einem fabriksfreien Gegenstand ausgehen, der zum ersten Mal gebraucht wird. Das ist die Aussage. In-Gebrauch-Name ist sozusagen die erstmalige Benutzung eines Gegenstandes, um ihn sozusagen erstmalig in den Verkehr zu bringen. Es ist nicht sozusagen der tägliche Gebrauch. Das heißt, die erste Fahrt wäre noch die In-Gebrauch-Name, aber alles, was danach kommt, wäre keine In-Gebrauch-Name mehr. Also die In-Gebrauch-Name hier meint das erstmalige in Betrieb nehmen, der Probelauf sozusagen. Das ist hier aber nicht der Fall. Um den geht es nicht. Ich brauche keine 1000 Kilometer Probefahrt. Aber wir waren noch immer bei der Frage, ist es Nummer 1, Nummer 2 oder Nummer 3? Die gefahrenen Kilometer. Ja? Ich würde natürlich durch die Nummer 2 gehen und sagen Zeitverbrauch, also wenn das Auto irgendwie 400 Kilometer hat, ist es halt verbraucht. Ja, aber es sind ja hier nur 1000 gefahren, das ist ja nichts. Also Sie sagen, das Auto nutzt sich immer mehr ab, so mit jedem Kilometer ein bisschen mehr, soll man sagen, Gummi auf der Piste und dann irgendwann ist der Reifen abgefahren. Das ist nicht der Ansatz, den das Gesetz verfolgt. Was prüfen wir eigentlich? Was soll der herausgeben? Haben wir gerade gesagt. Der Kollege hat das völlig prinzipiell herausgearbeitet. Wir reden hier gerade die ganze Zeit von der Herausgabe der Kilometer. Die Kilometer haben sich nicht verschlechtert, die Kilometer sind auch nicht beschädigt und die Kilometer sind auch nicht verbraucht worden. Die Kilometer können einfach nur deshalb nicht herausgegeben werden, weil man gefahrene Kilometer halt nicht herausgeben kann. In der Natur eines gefahrenen Kilometers liegt, den kann keiner herausgeben. Versuchen Sie das mal, das geht nicht. Sie können keinen gefahrenen Kilometer herausgeben. Deshalb sind wir hier bei Nummer 1, aus der Natur des Erlangten ist die Herausgabe von Kilometern nicht möglich. Also, Anspruchsgrundlage ist 346 Absatz 1 in Verbindung mit 346 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und dann kriegt er in der Tat für jeden gefahrenen Kilometer eine Pauschale. Und das ersetzt nicht die Abnutzung nochmal, sondern ganz im Gegenteil, wir gucken, welche Vorteile hat er gehabt und die Vorteile die er gehabt hat, soll er ersetzen. Nicht den Schaden, sondern seinen Gewinn. Er konnte fahren und ist glücklich gewesen und das muss er ersetzen. So, wir können den Fall noch schwieriger machen. V und K vereinbaren, dass V das Auto am 24. Mai um 8 Uhr abholen soll. V erscheint nicht, weil er den Termin verschlafen hat. Das Auto wird bei K gestohlen, es hatte einen realen Wert von 6000 Euro und jetzt hat V gegen K einen Anspruch auf Wertersatz in Höhe von 6000 Euro oder 5000 Euro. Jetzt fragen sich 6000 oder 5000, was sind das für Zahlen? 6000 Euro ist der wirkliche Wert, 5000 Euro ist der vereinbarte Kaufpreis. Was könnte hier die Anspruchsgrundlage sein? Das V gegen K auf Zahlung von 6000 Euro oder 5000 Euro. Das ist ja kein Zaubertrick jetzt hier. Ja. Ja. Ja, die empfangene Leistung ist zurückzugewähren, das heißt 5000 Euro. Was ist denn die empfangene Leistung des K? Denn der V will ja von K jetzt Geld haben. Was ist die empfangene Leistung des K? Was hat der K bekommen ursprünglich mal? Was muss K zurückgeben? Das Auto. K muss das Auto zurückgeben und zurückübereignen. Frage, wieso kommen wir jetzt hier auf einmal auf Geld? Wieso will der nicht das Auto haben? Ist doch voll komisch. Ja? So ist es. Nach 346 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 ist Wertersatz in Gelb zu leisten, wenn der Gegenstand untergegangen ist. Wieso ist der Gegenstand untergegangen? Das Auto existiert doch noch, ist ja nicht explodiert. Das ist ja nur gestohlen worden. Ja? Diebstahl gilt auch als Untergang. Ja, Diebstahl gilt auch als Untergang. Alle Fälle der Unmöglichkeit werden als Untergang qualifiziert. Das heißt, was nicht unter Nummer 2 fällt, wird unter Nummer 3 gefasst. Gut. Wie hoch ist der Wertersatz grundsätzlich? 5000 oder 6000? Was meinen Sie? Wie viel ist das Auto wert? Wie viel ist das Auto wert? 5000 oder 6000? Ja? 6000 ist der objektive Wert. Aber wie kommen wir auf 5000? Schauen Sie ins Gesetz. In der Tat, das Gesetz sagt 346 Absatz 2 Satz 2 der Wertersatz bemisst sich an der vereinbarten Gegenleistung. Weil er nur 5000 dafür bezahlt hat, soll der nicht besser stehen, als wenn der Vertrag richtig erfüllt worden wäre. Das heißt, er muss nur 5000 bezahlen. Aber unser Fall ist noch nicht ganz zu Ende, denn gibt es vielleicht auch eine Ausnahme von dem Wertersatz. 300 Jahrhundert und sagen ja alles Mist hier. nicht nur so, sondern der Grund, dass er die neue Buch liebt, der ist geworden, und er dann ja ein Portis tut, Aha, eine Nummer, irgendeine. Welche Nummer hätten Sie denn gerne? Eins, zwei oder drei? Es gibt ja nur drei. Ein bisschen wie im Fernsehen hier. Nummer drei. Nummer drei. Schauen wir mal, ein gesetzliches Rücktrittsrecht. Mh, haben wir nicht. Passt schon mal nicht. Zweiter Versuch. Eins oder zwei? Ja? Ja, Nummer zwei. Soweit der Gläubiger die Verschlechterung oder den Untergang zu vertreten hat. Jetzt sagen Sie, was hat denn der Gläubiger zu vertreten? Und die Antwort lautet, wissen wir nicht. Es gibt keine Normen BGB, was der Gläubige zu vertreten hat. Wo steht, was der Schuldner zu vertreten hat? 2,76. Ja, und? Okay, Sie sagen also, wir wenden 2,76 analog an. Hat denn hier der V den Diebstahl zu vertreten? Nein, hat er nicht. Also, diese Analogie nützt uns gar nichts. Wie kommen wir denn jetzt dazu, dass der Gläubiger, also V, hier den Untergang zu vertreten hat? Über welche Norm, die uns einen Hinweis gibt, kommen wir dahin? Ja, da kommt wieder dieser Paragraf 300. Aber 300, wenn Sie mal reingucken, was sagt es der 300 Absatz 1? Ja, in der Tat, der würde uns sagen, der Schuldner hat nur Vorsitzende, grobe Fallschicht zu vertreten. Aber damit wissen wir nur, dass der Schuldner jetzt nicht schuld ist. Aber wenn es der Zufall ist, wenn der Blitz einschlägt, sagt das BGB, dann kriegt der Gläubiger trotzdem Geld. Also für Zufall haftet grundsätzlich der Schuldner. Also das nützt uns hier nur bedingt, weil es einfach nur eine negative Aussage ist, was der Schuldner nicht zu vertreten hat. Das heißt, wir wissen, der Schuldner hat es nicht zu vertreten, aber das nützt uns erstmal nichts. Wie kommen wir also dahin, dass wir sagen, naja, im Annahmeverzug ist der Gläubiger schuld? Da müssen Sie in der Tat eine Norm heranziehen, analog, die wir schon mal gehabt haben. Wo auch was mit Annahmeverzug und Vertretenmüssen auftaucht. 2,54 mit dem Mitverschulden, das würde aber nur passen bei Schadensersatz. Und hier haben wir ja Wertersatz und keinen Schadensersatz, das passt also auch nicht so ganz. Denken Sie an eine Norm, wo es darum geht, dass möglicherweise der Gläubiger schlechter steht, wenn er im Annahmeverzug ist. Ja, 326 Absatz 2 Satz 1, erste oder zweite Variante. Ja, zweite Variante. Also, wir sehen in 326 Absatz 2 Satz 2, da stellt das Gesetz zwei Sachen nebeneinander. Nämlich zum einen, dass wir alleinige oder weit überwiegende Verantwortlichkeit haben. Aber genauso schlimm wie allein oder weit überwiegend verantwortlich ist es, wenn der Gläubiger im Annahmeverzug ist und der Schuldner es nicht zu vertreten hat. Und wenn das Gesetz da an der Stelle es gleich setzt, dass der Gläubiger allein verantwortlich ist und im Annahmeverzug ist und der Anlass nicht zu vertreten hat, dann können wir diese Wertung entsprechend auch in den 346 Absatz 3 Nummer 2 reinlesen und sagen, wenn das Gesetz da schon sagt, dass er dafür verantwortlich ist, muss er da genauso verantwortlich sein. Also die Wertung ist exakt die gleiche und deshalb können Sie das übertragen. Klar die Logik? Wenn das BGB an einer Stelle sagt, allein oder weit überwiegend verantwortlich, gleich Annahmeverzug, dann können wir das da genauso machen. Das heißt, wir haben da eine Norm, die sagt, wofür der Gläubiger verantwortlich ist und die können wir hier anwenden. Also, für unseren Fall, was bedeutet das? Welche beiden Voraussetzungen brauchen wir dann, damit der Gläubiger dafür verantwortlich ist? Wenn wir 326 Absatz 2 Satz 1 zweite Variante analog heranziehen. Ja, der V müsste im Annahmeverzug sein, der K müsste nichts vertreten haben. Befindet sich der V im Annahmeverzug? Wann befindet man sich im Annahmeverzug? Wann befindet man sich im Annahmeverzug? Ja? Ja, nach 294, wenn der Schuldner wie geschuldet anbietet. Das heißt, der K müsste den V die Leistung so angeboten haben, wie vereinbart. Ist das hier passiert? So ist es. Der K und der V sind sich hier an dem Tag gar nicht persönlich begegnet, weil der V nicht da war. Nach 296 war aber ein Termin bestimmt, zu dem der Gläubiger die Leistung abholen sollte. Und weil er nicht da war, war hier das tatsächliche Angebot entbehrlich und damit befand er sich in Annahmeverzug. Also erste Voraussetzung, Annahmeverzug liegt vor. Was war die zweite Voraussetzung und liegt die vor? Der K darf nichts vertreten haben, weil das Auto gestohlen wurde. Ja, der K darf nichts vertreten haben, weil das Auto gestohlen wurde. Steht im Sachverhalt nicht so drin, also hat er es nicht zu vertreten. Das heißt, auch die zweite Voraussetzung ist gegeben. Und damit ist hier kein Wertersatz zu leisten. Eine Bereicherung nach 346 Absatz 3 Satz 2 ist dem K auch nicht verblieben. Das heißt, der K muss gar nichts bezahlen, bekommt seinen kompletten Kaufpreis also zurück und muss dafür nichts seinerseits tun. Letzter Punkt, der K meint, der V hätte die 5000 Euro und einen Sparkassenfonds mit Kapitalgarantie investieren können. Dieser hätte im betreffenden Jahr 3% Zinsen erzielt. Es hätten zwar auch 0 oder 50% sein können, ein Verlust, also dass man das Geld gar nicht mehr hat, sei aber in jedem Fall ausgeschlossen. V meint, er sei bei der Kapitallage immer sehr vorsichtig. Was könnte die Anspruchsgrundlage sein für Zahlungen von 150 Euro entgangenen Zinsen? Ja. Ja, 347 Absatz 1 Satz 1 Nutzungen, die entgegen der Regel einer ordnungsgemäßigen Wirtschaft nicht gezogen worden sind. Was sagen Sie dazu? Sie als alte Geldanlage-Profis. Ja? Wenn man das so ausregt, wie das der VK gerne hätte, würde das Leben verpflichten, das Allermöglichste aus seinem Geld rauszuholen. Und das ist bei Risiko des Kapitalmarktes eher unverlustbar. Also kann man nicht jeden verpflichten, das Allermöglichste rauszuholen. Deswegen ist das Geld auch in den Matanz aus den Städtenbürgers ausreichend. Ja? Ja, Verluste ja nicht. Ein Verlust ist in jedem Fall ausgeschlossen. Er hätte nur 0% halt an Zinsen gekriegt, im schlimmsten Fall. Also das Geld hätte er auf jeden Fall zurückgekriegt. Das entscheidende Problem ist in der Tat, was ist eine ordnungsgemäße Wirtschaft, was kann man sozusagen von einem normalen Menschen erwarten. Und wir sagen, wenn Sie jemandem Kleinstbeträge geben, können Sie nicht erwarten, dass er von Aktien kauft. Also wenn Sie irgendwie, weiß ich nicht, ein Kaugummi kaufen für 30 Cent, dann können Sie nicht erwarten, dass der Verkäufer da hingeht und diese 30 Cent in Aktien investiert. Je höher der Betrag ist, desto eher können Sie erwarten, dass das Geld auch vernünftig angelegt wird. Wenn Sie ein Haus kaufen für eine halbe Million, können Sie vielleicht erwarten, dass der Verkäufer mit dem Kaufpreis irgendwas Sinnvolles macht, dass er irgendwie neu investiert und damit Geld macht. Das heißt, der Maßstab richtet sich A danach, um wie viel Geld es geht, B richtet sich an den Verkehrskreis der Beteiligten. Sie können also nicht erwarten, dass jetzt hier jeder zum Börsenmakler wird. Andererseits sagt aber, wenn Sie sich der Satz 2 angucken, der Satz 2, dass die eigenübliche Sorgfalt nur gilt bei gesetzlichen Rücktrittsrechten, nicht bei vertraglichen. Das heißt, wenn der weiß, er muss das Geld nur etwas zurückzahlen, muss er damit besonders vorsichtig sein. Der Maßstab ist also ein bisschen so wie bei der Mietkaution, das muss sicher angelegt werden, aber nicht unbedingt mit maximalem Profit, sondern eher mit so einem Marktdurchschnittsprofit. Bei der momentanen Zinslage kann man nicht von Ihnen erwarten, dass Sie hier Risikoinvestments machen. So, damit haben wir den Rücktritt abgeschlossen. Rücktritt, wie gesagt, sehr wichtig. Heute verbraucherschützender Widerruf. Ich habe letzte Woche Montag beim Justizministerium gehört, dass das das Thema ist, was am ungernsten geprüft wird, weil das selbst die Prüfer nicht verstanden haben. Deshalb machen wir das jetzt ganz langsam und verständlich. Zunächst mal, wenn Sie Widerruf hören, erinnern Sie sich hoffentlich an das letzte Semester. Da haben Sie § 130 BGB gesehen, wo es um den Widerruf einer Willenserklärung geht vor Zugang. Sie können dann immer ein Schreiben schicken und sagen, ich widerrufe, du kriegst bald einen Brief von mir, das ist aber nicht ernst gemeint. Um diesen Widerruf geht es nicht. Der hat mit dem Widerruf im Schuldrecht schlicht gar nichts zu tun. Der Widerruf im Schuldrecht kommt aus der Europäischen Union. Sie sehen das an dieser tollen Fahne. Und die Europäische Union hat gesagt, wir machen eine Verbraucherrechte-Richtlinie. Verbraucherrechte-Richtlinie, sagen Sie das hundertmal schnell nacheinander, ohne Sprechfehler. Die haben diese Richtlinie gemacht und diese Richtlinie ist für die Mitgliedstaaten verbindlich. Und zwar sowohl nach oben als auch nach unten. Das bedeutet, die Mitgliedstaaten dürfen keine strengeren Regeln einführen, keine Verbraucherschützenderen Regeln, aber sie dürfen auch keine lascheren Regeln einführen. Und der deutsche Gesetzgeber sagt, bevor wir da irgendwas falsch machen, schreiben wir das einfach weitgehend wörtlich ab. Und Sie können sich vorstellen, wenn man Sachen abschreibt, kommt da nichts Gutes bei rum, das ist wie in der Klausur. Und so ähnlich sind dann auch die Paragraphen. Die entscheidende Norm ist 355. In der Klausur, wenn es um Widerruf geht, gucken Sie als erstes in 355. Und 355 sagt Ihnen, wird der Vertrag widerrufen, so sind die Parteien an ihre Willenserklärungen nicht mehr gebunden. Das kann man auch anders formulieren, so muss der Vertrag nicht mehr erfüllt werden. Das heißt, die Leistungspflichten bestehen ab dem Moment des Widerrufs nicht mehr. Der Käufer muss nicht mehr zahlen, der Verkäufer muss nicht mehr liefern. Also wenn Sie den Vertrag widerrufen, sind Sie raus. Dann, wenn Sie noch ein weiterlesen, der Widerruf erfolgt durch Erklärung. Das heißt, genauso wie beim Rücktritt brauchen Sie eine Erklärung, ich widerrufe. Und das muss eindeutig sein, das heißt, es darf nicht befraglich sein, was will der jetzt. Sie brauchen aber keine Begründung. Sie müssen nicht sagen, warum Sie sich widerrufen, Sie müssen einfach sagen, ich widerrufe und sind raus. Und Sie müssen eine Widerrufsfrist fahren und dafür reicht genauso wie bei der Anfechtung die Absendung zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt, Sie haben zwei Wochen ungefähr Zeit. Ich habe Ihnen das mal als Prüfungsschema zusammengestellt, wie Sie das prüfen müssen. Als erstes brauchen Sie einen entgeltlichen Verbrauchervertrag. Da haben wir schon drüber gesprochen, als wir über Informationspflichten geredet haben. 312 BGB. Dann darf keine Ausnahme vom Widerrufsrecht vorliegen. Ausnahmen finden Sie in 312 Absatz 2 bis 6. Dann haben Sie eine Widerrufserklärung. Dann einen Widerrufsgrund. Dann darf der Widerruf nicht erloschen sein durch Widerrufsfrist oder ähnliches. Und dann prüfen Sie erst die Rechtsfolgen, die so ein bisschen sind wie beim Rücktritt. Auch dieses Schema hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Schema zur Anfechtung. Sie haben hier wieder die Erklärung. Sie haben hier den Grund. Und Sie haben da die Frist. Diese Schemata sind also alle irgendwie ein bisschen ähnlich. Jetzt hoffe ich, erkennen Sie langsam. Und insofern ist das nicht so spannend. Das hatten wir wie gesagt schon. Ein entgeltlicher Verbrauchervertrag ist ein Vertrag zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer. Und der Unternehmer erbringt eine Leistung, für die der Verbraucher ein Entgelt zahlen muss. Das heißt, der Verbraucher zahlt Geld dafür, dass der Unternehmer irgendwas macht. Das kann sein, dass der Unternehmer Ihnen eine MP3-Datei zur Verfügung stellt. Das kann sein, dass Sie bei iTunes einen Film gemietet haben für einen Tag. Das kann sein, dass er Ihnen ein Paket schickt, wo was drin ist. Das kann sein, dass er Ihnen eine Massage gibt. Das ist alles eine Leistung eines Unternehmers an einen Verbraucher, für die Sie ein Entgelt zahlen. Die trinken eine Cola, Sie essen einen Hamburger, all das fällt da drunter. Wer Unternehmer und Verbraucher sind, ist auch nicht schwierig. Das haben wir schon gesehen. § 13 sagt, wer Verbraucher ist. Verbraucher sind Menschen, so was wie Sie, natürliche Personen, die ein Geschäft zu Zwecken abzielen, die überwiegend nicht zur beruflichen Tätigkeit gehören. Die also ein Geschäft abschließen, einfach nur so für sich. Unternehmer sind demgegenüber Menschen, Unternehmen im Sinne von Kapitalgesellschaften, juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, das kommt alles im Gesellschaftsrecht, die ein Geschäft für ihre berufliche Tätigkeit abschließen. Also Sie sehen, die einen machen es für den Beruf und die anderen machen es um Spaß. Schwierig? Nein. So, jetzt gucken wir uns einen ersten Fall an. Es gibt Oma O. Und Oma O fährt auf eine Kaffeefahrt. Sie wissen, dann fährt man irgendwo den Rhein entlang mit einem Boot und dann wird einem da eine Wolldecke verkauft und in der Tat, der T, der Vertreter der GmbH, der VGmbH, sagt, wir haben hier die Heizdecke kuschelwarm extra Flausch. Das klingt schon verlockend und Oma O schlägt sofort zu. Der Schnäppchenpreis beträgt 40 Euro, die zahlt die sofort in bar und hat eine Kuscheldecke extra Flausch. Kommt freudestrahlend nach Hause und der Mann sagt, boah, bist du blöd. Du lässt dich immer über den Tisch ziehen von diesen Vertretern. Und sagt, guck mal hier im Internet, die gleiche Flauschedecke 15 Euro, du zahlst 40. Unsere ganze Rente verspielst du, das geht doch nicht. So, daraufhin schickt O die Decke mit einem Widerrufsschreiben zurück an die VGmbH. Hat O einen Anspruch gegen die VGmbH auf Rückzahlung der 40 Euro in bar aus 355 Absatz 3 Satz 1 BGB? Gucken wir da mal rein. Ja? 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 Ja, in der Tat. Aber das ist ja noch eine Definitionsnorm. Wo ist denn die Norm, die Ihnen das Widerrufsrecht gewährt? Wo steht denn, dass Sie bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen widerrufen dürfen? Ja, bei 312 G. Also der erste Schritt ist, Sie brauchen nach 355 Absatz 1 Satz 1 eine Norm, die Ihnen ein Widerrufsrecht einräumt. Diese Norm ist 312 G Absatz 1 BGB. Was setzt 312 G Absatz 1 BGB voraus? Dass er überhaupt anwendbar ist. Wann ist 312 G anwendbar? Wenn Sie mal gucken, 312. Ja? So ist es. Bei einem Verbrauchervertrag, der eine entgeltliche Leistung des Unternehmers zum Inhalt hat. Haben wir hier einen Verbrauchervertrag, der eine entgeltliche Leistung eines Unternehmers zum Inhalt hat. Was brauchen wir dafür? Was brauchen wir dafür? Ja? Ja? Ja. Ja. In der Tat, die O müsste Verbraucherin sein. Was ist eine Verbraucherin? Paragraph 13. Jemand, der ein Mensch ist. Ist die O ein Mensch? Ja. Zweitens. Darf sie nicht überwiegend zu ihrer beruflichen Tätigkeit gehandelt haben? Gehört der Kauf einer Heizdecke so zu dem Beruf von O? Nein. Also war die O Verbraucherin. Wie sieht das aus mit der VGmbH? Die VGmbH ist eine gesellschaftlich beschränkte Haftung. Damit ist sie schon mal kein Mensch. Und zum Zweiten verkauft die Wolldeckung, damit Geld zu machen. Das heißt, die handelt hier als Unternehmer. Nächster Schritt. Ist das ein entgeltlicher Vertrag? Ja. Denn die Oma muss einen Kaufpreis bezahlen. Also haben wir ein Entgelt. Und das fließt von der Verbraucherin an den Unternehmer. Also haben wir einen entgeltlichen Verbrauchervertrag und die erste Voraussetzung ist erfüllt. Was brauchen wir da nach 312G noch? Das hat die Kollegin schon eben gesagt. Wir brauchen einen außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag. Was das ist, sehen Sie in 312B Absatz 1. Und da können Sie Nummer 4 sehen auf einem Ausflug. Geschlossene Verträge fallen da drunter. So weit, so gut. Aber es gibt vielleicht noch einen kleinen Haken bei der ganzen Sache. Ja? Ja, in der Tat. Es gibt eine Norm, die Ihnen sagt, bei Verträgen bis zu 40 Euro, wenn Sie beiderseits voll erfüllt sind, haben Sie kein Widerrufsrecht. Wo finden Sie diese Norm? Ganz einfach, wir haben zwei Kataloge. Der eine ist in 312G, da gucken Sie durch. Und der andere ist in 312, da gucken Sie durch. Ja. Wir finden in 312 Absatz 2, wo man füllen. Ja. Und der entsprechende Raum, wie er lautet, außer von Geschäftsräumen, durch was der Verträge, weil die die Leitungsbehandlung der Verhandlung der Verhandlung der Verhandlung der Verhandlung erwarten wird, die vor und bezahlt wird, liegt ja auch vor. Das Verbraucher bezahlen, der Händelstürziger Euro überschreitet, liegt ja auch vor. Dann? In der Tat, 312G findet keine Anwendung nach 312 Absatz 2 auf Verträge, die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden sind, wo die Zahlung und die Leistung sofort erfüllt sind und wo die Leistung für sich auch nicht übersteigt. Das heißt, alle Voraussetzungen hier gegeben, damit besteht hier kein Widerrufsrecht. Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen. Das bedeutet, auf Kaffeefahrten sollte man tunlichst Gegenstände für 40 Euro oder weniger verkaufen, weil dann der Kunde nichts dagegen machen kann. Ja? Sie können an jeder Straßenecke eines verkaufen, also 4 Wolldecken, die jeweils separat verkauft werden, würde auch gehen. Ja. Die Widerrufserklärung. Widerrufserklärung habe ich Ihnen schon gesagt. 355 Absatz 1 Satz 2 BGB. Grundsätzlich würde man sagen, Auslegung nach 133 und 157. Das BGB hat das mal etwas konkretisiert, indem es sagt, wir brauchen keine Form, aber der Entschluss muss eindeutig hervorgehen. Es muss also für jeden Leser erkennbar sein, der will sich vom Vertrag lösen. Das Ganze kann auch mit einem Formular erfüllen, das heißt, wo Sie einen ankreuzen, ich widerrufe und schicke zurück. Das ist auch möglich. Die Widerrufsfrist beträgt grundsätzlich zwei Wochen, und zwar 14 Tage exakt. Das heißt, wenn Sie am Sonntag die Sache bekommen, haben Sie bis Sonntag Zeit zu widerrufen, nicht etwa bis zum folgenden Montag. Die rechtzeitige Absendung des Widerrufs genügt, egal wie lange der braucht. Wenn die Post also streicht, der Widerruf braucht drei Wochen, dann ist er immer noch rechtzeitig, wenn der Poststempel vom letzten Tag der Widerrufsfrist da ist. Also es kann ja sein, dass es halt länger dauert. Weil der Widerruf keiner Form bedarf, können Sie das auch mündlich machen natürlich. Sie können es per E-Mail machen, per Fax, per Morse-Zeichen, keine Ahnung was, solange es überhaupt zugeht. Was Sie nicht machen dürfen, ist einfach nur zurückschicken. Ohne Kommentar. Wenn Sie das Paket einfach nur zurückschicken, sagt man, ist es nicht eindeutig erkennbar, dass Sie widerrufen wollen. Das ist eine mehrdeutige Erklärung. Zurückschicken kann auch heißen, das ist kaputt, reparier mal. Deshalb, zurückschicken ohne Erklärung reicht nicht. Sie brauchen zusätzlich noch einen irgendwie gearteten Inhalt, das Sie widerrufen wollen. Sie können auch Widerruf mit EE schreiben, ist auch okay, oder Kündigung, oder ich bin doof, können Sie alles schreiben, aber Hauptsache ist, es kommt zum Ausdruck, Sie wollen mit dem Vertrag nicht zu tun haben. 312G regelt die Widerrufsgründe im Allgemeinen schuldig, die für alle Verträge gelten. Egal, ob die Leistung in einer Massage, einer Reise oder sonst was besteht. Im besonderen Schuldrecht gibt es weitere Widerrufsgründe, nämlich für Verbraucherdarlehensverträge und für Teilzeitwohnrechteverträge, Timesharing-Verträge. Also, wenn Sie das nächste Mal in Mallorca am Strand sind und jemand quatscht Sie an und sagt, will Sie kommen, gib kostenloses Sekt, dann können Sie mit dem mitgehen und den Vertrag auch brav unterschreiben und dann, wenn Sie wieder in Deutschland sind, wieder rufen und sagen, ha, ha, ich kaufe doch kein Eigenhaben auf Mallorca. Das geht. Nur bei Vereinbarung müssen Sie den Katalog durchsehen. In allen anderen Fällen, äh, Quatsch, nur bei Vereinbarung gilt es, wenn einer der Ausnahmefälle des § 12G vorliegt. Das heißt, man kann freiwillig ein Widerrufsrecht gewähren, obwohl man es nicht muss, zum Beispiel, wenn man hier Reparaturleistungen erbringt oder bei Lottodienstleistungen. Das heißt, auch bei Lottoverträgen kann man ein Widerrufsrecht gewähren, wenn man es denn will. Außerhalb von Geschäftsräumen beschlossene Verträge, das ist ausgesprochen verwirrend formuliert, wenn Sie sich das angucken, fängt das relativ harmlos an, § 12b Absatz 1, ein Vertrag, der bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit von Verbraucher und Unternehmer an einem Ort geschlossen wird, der kein Geschäftsraum des Unternehmers ist. Das heißt, wenn Ihnen jemand in Ihrer Wohnung was verkauft, auf der Straße was verkauft, hier in der Uni was verkauft, all diese Leute immer kommen und sagen, hier willst du ein Abo von der Zeit haben oder willst du eine Versicherung haben, das fällt alles unter § 312b Nummer 1. Jemand quatscht Sie persönlich an. Nummer 2, für die der Verbraucher unter den Nummer 1 genannten Umständen ein Angebot abgegeben hat, damit ist gemeint, Sie als Verbraucher haben gesagt, ich stehe auf der Straße und mache ein Angebot auf Vertragsschluss und der andere nimmt es an in seinem Geschäftsraum. So, Art Drive-In-Situation. Dann kommt Nummer 3, die in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch Fernkommunikationsmittel, das heißt per Telefon oder Internet, geschlossen werden, bei denen der Verbraucher jedoch unmittelbar zuvor außerhalb der Geschäftsräume bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Verbrauchsunternehmers persönlich und individuell angesprochen ist. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie mal nach Spanien oder Griechenland gehen und da die Straßen lang gehen, dann kommt einer und sagt, ey, komm rein hier, total gutes Angebot, komm rein, komm rein, komm rein, ja, dann sagt das BGB, haben Sie auch dann ein Widerrufsrecht, wenn derjenige Sie reinzieht ins Geschäft sozusagen, zack, schon Widerrufsrecht. Und dann Nummer 4, die auf einem Auszug geschlossen werden, das ist unser Kaffeefahrtfall mit der Oma. Was ist ein Geschäftsraum? Das sehen Sie dann in Absatz 2, das sind entweder die Räume, wo der sein Büro hat, in einem Haus, oder bei beweglichen Gewerberäumen, wo er gewöhnlich seine Tätigkeit ausübt, das ist also zum Beispiel ein Marktstand. Ein Vertrag ist außerhalb der Geschäftsräume geschlossen, wenn er nicht in den Geschäftsräumen geschlossen ist. Das klingt auf den ersten Blick intuitiv, ganz so einfach ist es aber nicht, wenn Sie zum Beispiel einen Drive-in sich vorstellen, dann sitzt der eine drinnen und Sie stehen draußen. Sie gehen hin und sagen, ich hätte gerne einen Burger, sitzen in Ihrem Auto, das Auto ist kein Geschäftsraum. Der Verkäufer sitzt aber am Schalter und sagt, hier kriegst du den Burger. Ich habe noch eine kurze Frage, und zwar greifbar, sage ich, § 12b Absatz 1 Nummer 3, auch bei einem Marktschreier? Also die Frage ist ja, ob die in den Geschäftsräumen geschlossen werden. Also beim Marktschreier gehen Sie eigentlich in den Marktstand rein, wahrscheinlich, ich sehe ihn auch trotzdem draußen. Der Marktschreier wird Sie nicht persönlich ansprechen im Zweifel, das ist der Trick. Außer er sagt, Sie Blonde da, für Sie haben wir besonders leckeren Käse. Heute 5,99 Euro. Der gute Gouda aus Holland. Nur für Sie. Sie da, genau Sie meine ich. Wenn er das machen würde, dann würde das drunter fallen. Aber sonst eher nicht. Also in Holland machen die das manchmal. Und für Sie tue ich extra auch eine Tomate in die Tüte rein. Jetzt aber, die große Gemüsetüte. 10 Euro. Seht ihr, ich könnte es auch machen. Vielleicht mache ich das demnächst dann mal. So. Ich habe auch dazu wieder einen Fall für Sie vorbereitet. Es gibt den Hauseigentümer H und am 15. Juli kommt der R. Der R ist ein Vertreter des Dachdeckunternehmens D. Ja, Sie sind schon ganz verwirrt. Es gibt drei Leute. Es gibt H, D und R. Er sagt, Ihr Dach muss dringend renoviert werden und wir haben besonders im Angebot All-G No-More XCS 5000 und diese Lotus-Versiegelung, die verhindert, dass da irgendwelche Algen sich auf ihrem Dach bilden können, das Wasser läuft glatt ab, es glänzt die ganze Zeit, das ist der Lotus-Effekt, den wollen wir haben und der H ist ganz beeindruckt und er schreibt sofort schriftlich einen Wertauftrag für 20.000 Euro. Der D beginnt sofort mit den Vorbereitungsarbeiten, baut sein Gerüst auf, fängt erstmal an, das Dach zu schrubben und abends, nachdem er wieder nach Hause gegangen ist, der D setzt sich an seinen Schreibtisch und denkt sich, ich weiß ja nicht, 20.000 Euro ist ja ganz schön viel Geld, schon doof. Am nächsten Morgen kommt der D dann wieder und daraufhin sagt der H ihm, nett, dass Sie da sind, aber ich habe mir mal überlegt, ich wiederrufe. und der D fragt sich jetzt, Moment mal, der wiederruft, ich habe doch hier schon total viel gearbeitet, habe meine Leiter aufgebaut, habe das Dach geschrubbt, tausend Sachen gemacht. Was sagen Sie dazu? Anspruch aus 631 Absatz 1 BGB, setzt was voraus, Ja, wir brauchen erstmal einen Vertrag, das sind zwei übereinstimmte Willenserklärungen, das haben wir hier, also der Anspruch ist erstmal entstanden. Aber was könnte passiert sein mit dem einmal entstandenen Anspruch auf Zahlung von 20.000 Euro? Ja, der könnte nach § 355 Absatz 1 Satz 1 BGB untergegangen sein. Was setzt das voraus? Was setzt das voraus? Ja, wir brauchen ein gesetzliches Widerrufsrecht. Woraus könnte sich das hier ergeben, das gesetzliche Widerrufsrecht? Ja, 312 G Absatz 1 in Verbindung mit 312 B Absatz 1 Nummer 1. Ja, und? Liegt vor, liegt möglicherweise eine Ausnahme vor. Ja? Möglicherweise ist es ausgeschlossen nach § 355 Absatz 2 Satz 1 Nummer 11. Ja, in der Tat, hier gab es eine Ausnahme vor. Mangel ist keine Aufforderung durch den D, also durch den H, der ist einfach so erschienen. Also, mangels Aufforderung, greift die Ausnahme nicht ein. Analoge Anwendung ist auch ausgeschlossen, weil das halt Europarechtlich verbindlich ist. Also hat er hier ein Widerrufsrecht. Dann müssen wir überlegen, Widerrufsrecht ausgeschlossen wegen Fristablauf. Wie lang ist die Frist? 355. Wie lang läuft die Frist? Ja, 14 Tage, wenn richtig aufgeklärt worden ist. Wenn nicht richtig aufgeklärt ist, wie lang läuft die dann? Drei Monate. Einen Monat. Vorsicht, entnehmen Sie das? Das ist so Ihre Vermutung. Gucken Sie mal in § 356 Absatz 3. Ja? Ja, in der Tat, grundsätzlich beginnt keine Frist. Aber lehnen Sie mal einen Satz weiter noch. Ja? Ja? Das heißt, spätestens ein Jahr, 14 Tage danach. Wenn er vorher belehrt, laufen er dann die 14 Tage. Aber spätestens nach einem Jahr und 14 Tagen hat er Ende der Frist. Wie sieht das hier aus in unserem Fall? Haben wir da ein Problem? Wann hat er wieder Rufen? Ja? Ja. In der Tat, am nächsten Tag, das ist überhaupt kein Problem. Das ist nicht unser Problem. Frage. Jetzt hat er ja schon in der Tat das Dach angefangen zu reinigen und er hat ein Gerüst aufgebaut. Kriegt er wenigstens dafür Geld? Gucken Sie mal in § 357. Und da in Absatz 8. Und versuchen Sie damals zu verstehen, was die Norm Ihnen sagen will. Was sagt Ihnen § 357 Absatz 8? Also § 357 Absatz 8 Satz 1 sagt, der Verbraucher muss ausdrücklich verlangt haben, dass der Unternehmer mit der Leistung beginnt vor Ende der Widerrufsfrist. Jetzt sagen Sie ja hier, er wollte ja, dass es sofort gemacht wird, damit das halt beseitigt wird. Ist ja hier so. Ja, er hat gesagt, hier dringend renovierungsbedürftig. Und den hat er sofort unterschrieben. Ja, aber was meinen Sie denn, wenn der R gesagt hätte, ja, das ist total dringend. Aber erst mal müssen wir jetzt 14 Tage warten, denn dann läuft Ihre Widerrufsfrist zu lange. Das wäre die Konsequenz gewesen. Denn die Norm sagt hier, nach Ende der Widerrufsfrist kann er anfangen. Aber wenn er vorher anfängt, dann muss er ausdrücklich vorher gesagt haben, fang bitte vorher an. Aber warum, kommt es ja gar nicht darauf an, ob der jetzt gesagt hat, fang sofort an oder nicht. Lesen Sie mal einen Satz weiter. Ja. Ja. Er hat ihn vor allen Dingen nicht über sein Widerrufsrecht informiert. Das heißt, solange der gar nicht weiß, dass er widerrufen kann und nicht belehrt worden ist, was eben für die Frist auch relevant ist, kann er hier auch keine Kosten zahlen müssen. Erst dann, wenn ich eine Widerrufsbelehrung habe, kann überhaupt diese Kostenpflicht entstehen. Das heißt, mangels entsprechender Informationen kann hier auch gar keine Widerrufsrecht entstehen. Das heißt, im konkreten Fall ist die Reinigung kostenlos gewesen, die Dachreinigung und der Aufbau der Leiter. Dafür kriegt der Dachreinigungsunternehmer keinen Cent. Merken Sie sich also, die Folge ist hier relativ hart. So, wir sehen uns dann wieder am Donnerstag. Dann geht es weiter mit dem letzten Rest vom Rücktritt und dem Anfang der Abtretung. Und dann geht es weiter mit dem Nachdem, der Dachreinigung zu steigen, bezeltest, um Ramadan nachdem, wenn der Dachreinigung ablehnичен, um es nachdem, nicht mehr soけf�. Jetzt sagt er, dann geht es um, wie weig. bis heute Abend zu diesen Zeit auf denapperten Petersen zurückkennen. So, ichmez alsves medicines mit jeder Mama sch độ hervon else. Aber es Shiny zu geschrieben haben! Untertitelung des ZDF, 2020